Die Wollnüs unterstützen Loredana, 18 Das jüngste Mitglied der TV-Großfamilie hat schon jetzt ihren Teil dazu beigetragen, das Fortbestehen der Jean zu sichern, sie ist zum ersten Mal Mama geworden. Das verkündete ihre Mutter Silvia, 57, überglücklich im Netz. Mit weiteren Details über ihr Enkelkind hielt sie sich noch zurück. Eins ist aber sicher, die Wollnüs sind total glücklich über ihr neues Familienmitglied. Hallo kleiner Sonnenschein, herzlich willkommen auf der Welt und bei uns in der Familie. Wir freuen uns sehr, dass du gesund und munter das Licht der Welt erblickt hast. Loredana, ich bin so unendlich stolz auf dich, du hast die Schwangerschaft so toll gemeistert und auch die Geburt, schwärmte zum Beispiel. Loredana, ich bin so ein bisschen stolz auf dich, du hast die Schwangerschaft so toll gegeben. Loredana, ich bin so ein bisschen stolz auf dich, du hast die Schwangerschaft so toll gegeben.